Hallo, ich bin Steffi von Kenhub und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Heute schauen wir uns den anatomischen Aufbau, die Funktion und die Topografie der Harnblase genauer an. Hier sehen wir einen Schnitt in der Sagittalebene des kleinen Beckens. Auf der linken Abbildung ist das weibliche und rechts das männliche Becken zu sehen. Die Harnblase, auf Latein Vesica urinaria, ist auf beiden Abbildungen grün dargestellt. Es handelt sich um ein dehnbares muskuläres Hohlorgan, das zum Urogenitaltrakt gehört. Sie befindet sich unterhalb des Peritoneums, liegt also infra- oder subperitoneal im kleinen Becken und dem Beckenboden auf. Auf dem Bild des weiblichen Beckens seht ihr hier die Harnblase. Bei Mann ist die Aufteilung ein klein wenig anders. Die Harnblase liegt hier, der Duktus deferens, also der Samenleiter hier, und wie bei der Frau, das Rektum hier. Die Hauptfunktion der Harnblase ist es, den Sekundärharn zu sammeln und bei Gelegenheit über die Harnröhre zu entleeren. Diesen Entleerungsvorgang nennt man Miktion. Das Fassungsvermögen der Harnblase kann variieren und liegt bei 400 bis 1000 Milliliter. Im Durchschnitt füllt sich die Harnblase mit ungefähr 400 bis 600 Millilitern Sekundärharn. Das entspricht ungefähr der Flüssigkeitsmenge eines großen Glases Bier oder Cola. Die Wand der Harnblase wird von einer dicken Schicht glatter Muskulatur, dem Musculus detrusor, also dem Harnblasenmuskel, gebildet. Auf der inneren Seite der Harnblase ist diese muskuläre Wand mit einem Übergangsepithel, dem Urothel, ausgekleidet, ebenso wie die Harnleiter und ein Teil der Harnröhre. Das Urothel ist ein spezielles Epithel, das sich durch seine hohe Dehnbarkeit auszeichnet. Die nächsten Bilder in der Frontalebene zeigen grün markiert die einzelnen Anteile der Harnblase. Oben ist das Becken des Mannes und unten das der Frau dargestellt. Der Korpus Vesicae, auf Deutsch Harnblasenkörper, ist dieser Abschnitt hier, der zwischen dem Apex und dem Fundus Vesicae liegt. Der Fundus Vesicae ist der Harnblasengrund auf der kaudalen Seite und der Apex Vesicae die Harnblasenspitze, die kraniale und anteriore Seite der Harnblase, die der Symphyse zugewandt ist. Diese beiden Schnittbilder hier stellen Coronaschnitte, also Schnitte in der Frontalebene der Harnblase dar. Stellt euch doch einmal einen Sagittalschnitt durch das kleine Becken eines euch zugewandten Körpers vor. In einem Sagittalschnitt durch die Harnblase läge der Apex Vesicae weiter ventral, also dir zugewandt, während sich der Fundus Vesicae weiter kaudal und leicht dorsal befände. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf canhub.com an. Für unsere Canhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.